Sagen Sie, was ist eigentlich das Wichtigste hier in der Kapelle? Sind es die schönen Fenster von Andreas Felger? Ist es der Blumenschmuck? Ist es vielleicht die Aussicht vor der Kapelle? Oder die Glocken? Von welcher Wichtigkeit, glauben Sie, ist dieser Altar hier? Darüber möchte ich gerne mit Ihnen nachdenken. Was bedeutet uns der Altar? Wir haben hier bei unserem Fernsehgottesdienst Stunde des Höchsten einen ganz besonderen Altar. Er besteht aus drei Elementen. Die wollen uns an Gott erinnern, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.